Helene Fischer zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Stars in Deutschland und sogar für andere Promis ist es etwas Besonderes, auf die Sängerin zu treffen. Lidl holte sich anlässlich seines 50. Geburtstags die 38-Jährige für eine Werbekampagne ins Boot, die Spots laufen schon bald im Fernsehen. Max Giermann stand ebenfalls für die Kampagne vor der Kamera und traf am Set auch auf die Musikerin. Welchen Eindruck sie auf ihn machte, verriet er nun in einem Interview. Schockverliebt in Helene Fischer Zunächst einmal sei er von dem Riesenset beeindruckt gewesen, gibt der Comedian gegenüber RTL zu verstehen. Er realisiere nun, wie groß die Kampagne überhaupt ist. Aber jetzt gibt's kein Zurück mehr, scherzt Giermann. Helene Fischer scheint ihn aber ganz besonders beeindruckt zu haben, denn der Komiker gerät regelrecht ins Schwärmen. Ich bin Fan seit diesem Dreh. Anscheinend zeigte der Superstar überhaupt keine Allüren. Max Giermanns Urteil In Wirklichkeit ist sie eine ganz bescheidene, zierliche Person und so zauberhaft. Giermann überrascht mit Aussage Und der 47-Jährige setzt sogar noch eins drauf. Ich habe mich auf professioneller Ebene direkt schockverliebt, gesteht er im Talk mit Johanna Klum. Eine Aussage zu Helene Fischer überrascht allerdings doch ein wenig, denn Giermann beschreibt sie auch als ganz still und zurückhaltend. Ein harter Kontrast zu ihren spektakulären Shows und ihrem Selbstbewusstsein, das die Fans seit Jahren begeistert. Max Giermanns Fazit lautet jedenfalls, es war ganz toll mit ihr. Derzeit können alle Fans Helene Fischer auch endlich wieder live erleben, denn die Sängerin befindet sich auf großer Tour durch Deutschland und Österreich. Zwar mussten die ersten Termine aufgrund einer Rippenfraktur verschoben werden, doch der Superstar erholte sich schnell wieder. Und scheint sich auf der Bühne auch keineswegs zurückzuhalten. Wie immer gibt es viele akrobatische Einlagen. Ganz nebenbei bewirbt Helene Fischer auch noch ihr Best-of-Album. Zum Release nämlich veröffentlichte sie am 16. Mai einen Clip auf Instagram. Und wurde in der Beschreibung des Videos ein bisschen emotional. Wie ihr vielleicht wisst, fühle ich mich in der Rolle. Etwas von mir zu präsentieren bzw. anzupreisen, nicht sehr wohl. Aber hierfür habe ich dann doch eine Ausnahme gemacht.